180 Sekunden, es waren zu D-Mark-Zeit mal drei Minuten. 10 Sekunden, es waren 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 D-Mark-Zeit mal drei Minuten. Es läuft der Profi-Li, die Nummer 27 auf unserem Schein, einmal zünden, 126 Gramm, 1840 Gramm, Netto-Explosivmasse, Profi-Li, 4XL. Wir sind in der Phase 4 mit 36 Schuss und das Finale und sein aus goldenen Chrysanthemen-Effekten. Goldene Chrysanthemen zum Schluss. Goldene Chrysanthemen zum Schluss.